Ich höre. Das einzige hier im Keller ist der Aktivierungsschlüssel. Die Bombe ist in Amerika. Garantiert, Christavi, meine Freiheit, sage ich ihm, wo die Arsche ist. Herr mit dem Aktivierungsschlüssel. Dieser Spion hat den Schlüssel. Ihr werdet ihn euch holen müssen. Ich kann euch sagen, wo die Arsche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut, ihr zwei eskortiert Mr. Nicolazio aus der Bibliothek. So, und jetzt? Okay. Wer war das? Ich bin die Enge, y'all. Okay Unser SC20K ist ganz schön nah Ah okay, das war jetzt voll gefaked So, wir können nicht mehr nachladen, das SC20K hat jetzt all seine Munition Uff, ist geballert Scheiße, was machen wir jetzt? Vom Huda ist wahrscheinlich voll unnütz Ah, richtig dicke Unnütz Ja, was machen wir jetzt? Wir machen wohl Vorsitzender mal einen Notspeicherstand An sich finde ich das mal Nicht, dass wir mal sehr praktisch, wenn wir sowas haben Wenn nämlich jetzt rumgeholzt wird Also wenn ich jetzt richtig derbe abkacke Dann haben wir wenigstens was, wo wir laden können Problem ist jetzt die ganze Scheiße Wir haben halt weniger als SC20K Munition Egal Wir holen uns jetzt diese verdammten Was haben wir überhaupt jetzt als Ziel, ey? Wenn sie, äh, wenn sie, äh, bla bla bla, ja Fischer, Nicolace darf nicht entkommen Ich dachte, das wäre Wer weiß, wo die Arche ist? Natürlich Er darf mit dieser Information nicht weiterleben Ein Dringling Ein amerikanischer Spionist im Gebäude Alle Einheiten Aha, aha Gut, die sind nur zu zwei Zu dritt Scheiße Das wird jetzt bestimmt nicht gerade unknifflig Knifflig Vielen Dank. Der Amerikaner hat Informationen in seinem Besitz, die für die Sicherheit unserer Nation sehr wichtig sind. Wir müssen ihn schnappen. Ah, ihr müsst mich schnappen. Äh, ja, hier können wir nicht so viel Scheiße bauen, wie wir wollen, weil es halt jetzt egal ist. Halt dich daran fest, Sammy Ball. Äh, ja. Da bewegt sich was. Das war mir schon fast wieder mal klar. Äh. Gut. Gut, wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen. Da haben die den, da oben. Da kommen wir hin. Das schaffen wir. Das wird nicht einfach, aber da kommen wir hin. Um es ganz deutlich zu machen. Er schießt Nicolace von dort aus. Tu es jetzt. Schieß nicht daneben. Du bekommst vermutlich nur diese eine Chance. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Gut, Fischer. Zeit von dort zu verschwinden. Die Daten, die du hast, sind die letzten. Die letzten von uns. Du riechst dich. Nicolaz ist letzte Bedrohung gegen die USA. Unsere höchste Priorität liegt darin zu schützen, was du bei dir trägst. Die Osprey wartet. Was ist mit Crestavi? So bla... Bla 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 bla... Bla 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 bla... Wir machen... Ne? Die gute alte Notfalspeicherung. Der Typ, den hat er jetzt da hingerafft. Wir haben es fast geschafft. Ich werde... ... kurz vorher nicht die... ... Lösung ändern. Die Präsident, was will denn Crestavi jetzt von uns, bitte? Was ist denn das? Angereife in den Palast, brauche Verstärkung! Ah, okay, das war jetzt meine Idee. Vermutlich mehrere Schützen! Direkte Order von Präsident Krestavi, finde den Atemtäter! Der Schütze darf nicht aus dem Palast dann kommen! Tötet ihn, wenn nötig! Der Atemtäter ist das Primärziel! Wo ist Nicolazze? Wer beschützt Nicolazze? Nicht bestätigte Meldung, dass Nicolazze erschossen ist! Nicolazze ist tot! Wiederhole, Nicolazze wurde erschossen! Du, für eure möglichen Feindaktivitäten! Ich habe... Blablabla, du hast gar nichts. So, tot, tot. ...tasche tot. Hammergeil, hier durchzulaufen. Viel besser kann man uns sogar nicht sehen. An alle Einheiten! Such den amerikanischen Spion! Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden! Ja, hammergeil! Okay, 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 okay! Das funktioniert so schon mal nicht. An alle Einheiten! Such den amerikanischen Spion! Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden! Sie sind im Zingel! Wir werden sie finden! Sie sind im Zingel! Wir werden sie finden! Äh, das sehe ich irgendwie anders. Ich glaube, das sehe ich richtig so. Ja. Yay! Wir sind kurz davor, diese Mission abzuschließen und das Ende einzuleiten des Spiels. Ich will schon mal meinen Abschlusskommentar lassen. Also so langsam. Ich denke mal, das war es nämlich jetzt so gut wie. War eine schöne Zeit. Hat Spaß gemacht. War echt geil. Ich denke mal, darunter müssen wir... Äh... Das Spiel war der Burner. Das hat schon echt saumäßig viel Spaß gemacht. Wir werden das jetzt mit der Ablenkungskamera erledigen. Ein Geräusch? Wer ist das? Das verstehe ich nicht. Da sind wir zu sehen. Einer von uns wurde angegriffen. Wann ausgefallen? Eratmet aber noch. Ich habe hier einen Toten. So. So, viel dazu. Medi-Pack 1, Medi-Pack 2. Parmedal nachladen. Wie gesagt, war schön. Das Ganze... fühlt sich richtig an. Und es gibt auch keinen anderen Ausweg mehr. Und damit... Tja. Werden wir wohl jetzt erstmal abstürzen. Vielen Dank.